Zuletzt bei Life is Strange True Colors. In unserem neuen Job als Kellnerin können wir den Leuten von Haven Springs deutlich näher kommen und wir erfahren viel über die Geschehnisse und Hintergrundgeschichten von Haven Springs. Als Riley allerdings den Laden betritt, um mit Mac zu reden, weshalb er sich geprügelt hat, erzählen wir ihr die ganze Wahrheit und sie trennt sich von ihm. Unsere erste folgenschwere Entscheidung. Anschließend offenbaren wir unserem Bruder, dass wir die Superkräfte haben, die Emotionen anderer Menschen zu fühlen und er glaubt uns und unterstützt uns dabei. Als Ryan das Gespräch allerdings unterbricht, erfahren wir, dass Ethan verschwunden ist und er scheint sich noch in den Bergen zu befinden. Hier soll aber bald eine Sprengung der Minengesellschaft stattfinden. Hi meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Life is Strange True Colors. Ich hab kein gutes Gefühl, ich hab wirklich kein gutes Gefühl. Vor allem wenn man an die anderen Life is Strange Spiele denkt. Die fangen immer mit einem emotionalen Knall an, immer. Aber ich will nicht, dass Ethan das erste Opfer dieses Spiels ist. Bitte nicht. Typhon Minengesellschaft. Wie viel Uhr ist es? Wie lang noch bis zur Sprengung? Wie lang noch bis zur Sprengung? Wow. Es ist schon lange seit ich hier bin. You don't do your ranger stuff around here? Private land. Outside of my jurisdiction. Dad brought me up here a bunch when I was little though. I was his minor in training. That was, back before, mining meant blowing the tops off mountains. Any luck? In touch base with the safety team up at the site. We're gonna postpone tonight's blast until we find him. Boa mega. At least we're not racing the clock. Hey. You good? Charlotte's gotta be losing it right now. She's tough. Always has been. Come on. Let's take a look around. Oh, das ist so beruhigend, dass sie die Sprengung verschoben haben. Da habe ich im ersten Moment gar nicht dran gedacht. Can you imagine the shit we would have caught from Dad if we'd done anything like this? I should have... said something earlier. I didn't... I mean, when he said he was going to the old mine... Alex, it's fine. You couldn't have known. It's not your fault. I'm gonna go take a look around. Let me know if you spot any sign of Ethan. Sure. I can... Do that. How was Ethan planning to get into the mine? Okay, in die... Aber er... Ich sag... Er ist... Als er das letzte Mal gesagt hat, meinte er doch irgendwie, dass er sich nur in den Bergen und so umguckt. Einer deiner Nachbarn hat den Beziehungsstatus geändert. Riley Leath ist jetzt Single. Oh, ich bin stolz auf dich, Liebling. Aua, mein Glück. Oh mein Gott. Das ist richtig fies, dass sie sich alle freuen. Wir freuen uns, eine neue Ergänzung für unseren Angestellten in der Black Lantern vorzustellen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Vielleicht kannst du Gabe ein oder zwei Sachen beibringen. Hey, sie könnte wesentlich mehr als zwei Sachen beibringen. Sie hat sogar Sinn für Humor. Bin froh, dass du endlich hier bist, Alex. Yo. Der Polizist mag uns. Das freut mich. Das freut mich. Die Polizei auf seiner Seite haben es immer mit dich. Oh, Ducky. Das ist der Dude, dem wir den Ding gebracht haben. Den Whisky. Liebe Alex, es war eine Freude, dich heute Abend kennenzulernen. Ich hoffe, dass du in Haven ein einladendes Heim findest. Ich freue mich sehr auf unser nächstes Treffen mit freundlichen Grüßen Reginald McAllister III. Danke, Ducky. Das ist sehr lieb. Cool. Okay, finde heraus, wo ich es nenne. Es ist unsere aktuelle einzige Quest. Dieses Gelände ist Privatgrundstück der Typhoniengesellschaft. Nur autorisiertes Typhon-Personal ist zugelassen. Verstöße werden strafrechtlich verfolgt. Okay. Tja, dann machen wir uns jetzt wohl schon wieder strafbar. Aber richtig schön, richtig viel Graffiti hier. Was steht da? Was steht da? Stay? Oder was anderes? Sp-Pay? Surrey? Ich habe keine Ahnung, was da steht. Goat steht da. Ja, Ziegen sind großartig. Wahrscheinlich eher greatest of all time. Sie sind bereit für die Arbeit? Tragen Sie einen Schutzhelm? Nope. Arbeitsschiefe mit Schleikappen? Nope. Robuste Handschuhe? Reflektierende Kleidung? Eine positive Einstellung? Hey, eine positive Einstellung können wir schon mitbringen. Ich meine, es ist, es gibt bessere Ausgangssituationen, aber wir können trotzdem positiv bleiben. Im Rahmen der Möglichkeiten. Sprengungsankündigung, geplante automatische Sprengungen. Vor der Detonation werden in Gebieten im Sprengungsbereich Warnsirenen zu hören sein. Warum habe ich irgendwie so ein böses Gefühl, dass diese Sprengungen aus irgendwelchen Gründen doch stattfinden? Oh, ich weiß es nicht. What? Zombie? What the hell? Abbauhammer. Das ist quasi so, so eine Art Mini-Presslufthammer, die man tragen kann. Ja. Ich stimme ihr zu. Da ist ein Helm. Schauen wir uns gleich an. Soll ich mich erstmal noch hier weiter umgucken? Joyride in this will have to wait until after we found Ethan. Hier war noch irgendwo ein offenes Tor. Hier. Maybe Julie McNamara doesn't need your approval. Julie McNamara is a fucking Skank. Oh. Ja, da ist wohl jemand frustriert. Bestimmt wurde er auch irgendwie alleingelassen oder so. So, was geht hier bei diesem Helm ab? Einen Moment. Ich musste kurz niesen. Entschuldigung. Neue Erinnerung. I got you. It's okay. You're okay. Ah, das war die Rettung von Jet. Oh Gott. Oh Gott, we're alive. Wir wissen ja nicht, dass Jet alle gerettet hat. Oh cool. Moment, hier muss ich drücken. Und damit ist ja eine Erinnerung freigeschaltet, ne, von Jet selber. Helm. So viel passiert auf einmal. Eine Angst, die deine Sicht einschränkt, Teile deines Gehirns abschaltet, sodass du nur noch das Hämmern deines eigenen Pulses in deinen Ohren fühlst, sowie den Drang, dich rauszuwühlen. Sobald Jet das Tageslicht sah, trieb ihn die Angst an, wollte, dass er nach Hause rennt und die Mine hinter sich lässt. Er widerstand ihr, bis die Zähne zusammen, bis sie wehtaten und ging zurück, um die anderen rauszuholen. Scheiße, ich glaub nicht, dass ich hier so mutig war. Okay, da gab es so einen Riesenunfall und Jet hat halt richtig heldenhaft alle gerettet. Irgendwie passt das zu ihm. So, und die beiden haben natürlich auch Gefühle. Vor allem, wir können ja nur die Emotionen spüren, wenn es starke Emotionen sind. Also beide stehen gerade sehr unter emotionalem Stress. Wir trinken auf das Wohl von Jet Lucan, der uns hier am 30. Dezember aus der Hölle gezogen hat. Ich will mehr über diesen Tag erfahren. So, kann ich mit euch reden? Nee, ich kann nur ihre Emotionen quasi spüren. Aber ist der wirklich da reingegangen? Was ist denn hier? Massive cave-in. Bunch of trapped miners. All nearly died. Jet led the whole team back to the surface. God. Yeah, that's the day Foreman Jed became local hero Jed. And then, Typhon closed up this site. Basically bought Jed the Black Lantern. Das ist der Comic. Er hat diese Mine als Referenz für sein Comic genommen. Und den Comic haben wir ja schon gelesen. Ah, und der Dude, der da sitzt, ist der ist der Zombie. Ne, und dann ist er, er kam nicht rein und hat dann an der Seite einen geheimen Eingang gefunden. Und da drin irgendwie die, ah, und die Himmelschlange ist dann wahrscheinlich, äh, sind die Minenwägen schienen, oder? Notice anything? No shit. I'll be damned. The whole story is about Ethan's character breaking into a monster stronghold deep underground. Sounds like the mind of me. Does it show where he went? Not sure. The comic ends with the monster hunter climbing a watchtower, which shows him where to go. There. The silo. I bet that's the tower that's where he went. You're a genius. Yeah. Great find, Alex. Gabe, you wanna take a crack on unlocking that gate? I'm on it. Ethan muss da ja auch irgendwie reingekommen sein. Aber wie kommt er da in die Mine? Ethan based his comic on this place. Maybe I should compare his drawings with other stuff in the area. Ja. Wie gesagt, da gibt's diesen geheimen Eingang hier irgendwo an der Wand. Wo ist der Eingang hier rein? Ich würde mich gern in die Mine reinkommen, aber es ist leider nicht möglich. So, der Zombie ist der Dude. Der Tote. Genau. Ja, da seht ihr das? Da muss ein geheimer Eingang sein. Ach so, oder meint der vielleicht mit dem Eingang ein bisschen... Irgendeine Blutspur hat der auf dem Boden gesehen. kann ich mir den Comic angucken. Was haben wir eigentlich jetzt für Missionen? Einfach nur folge den Schritten im Comic, okay. Na, Ryan? Fühlst du mit Leila was anderes? Nee, okay, wir machen das gleiche. Diese Tür hier? Okay. Wie gesagt, irgendwo eine geheime Wand, ne? Ist der da oben reingeklettert? Das könnte diese Ding sein. Diese Rohre hier sind diese Himmelsschlange, glaube ich. Das Skelett der Himmelsschlange oder sowas. Aber laut laut diesem Comic war irgendwo ein geheimer Eingang in die Wand. Hier? Nein. Irgendwo. Ah! Vielleicht doch diese kaputte Wand hier? Nee. Der läuft durch diese geheime Wand die erfinden, aber ich weiß nicht welche. Verdammt, Mann! Also laut Comic musste ich hier irgendwo sein. Vielleicht ich bin irgendwie ein bisschen zurückgeblieben. Ich hab den Comic sehr gut im Kopf. Mit dem alten Eingang kann ich nichts machen, mit der Gedenktafel auch nicht. Dann kann es doch nur hier bei Gabe sein, oder? Ich bin ein Minuten, seitdem ich versuchte ein lock. Ich habe verloren. edge. Was hast du mir vorhin gesagt, wenn er hier ist, und fühlt sich etwas, kann man es nutzen, kann man ihn Ich finde es immer noch schön, dass er uns wirklich das Ganze auch glaubt. Das ist super cool. Können wir vielleicht den Abbauhammer nehmen? Schade, ich dachte, um vielleicht Wand aufzumachen. Also irgendwie fühle ich mich ein bisschen blöd, Freunde. Wir können hier nochmal gucken, ne? Der Zombie zum Eingang. Er sagt, ah, warte mal. Ah, hat der an irgendwas gezogen und dadurch ist es aufgegangen? Der zieht an einer Art Stange, oder? Und hat das dann sozusagen aufgezogen. Ich fühle mich... Also, ich verstehe das noch nicht ganz. Ich verstehe das wirklich noch nicht ganz. So, Ryan macht da auch was? Kann ich an einem offenen Tor... Hinter dem Tor, maybe? Okay, das habe ich aber nicht als Tor erkannt. Also, es hat irgendwie nicht so viel mit dem Comic zu tun, oder? I don't know. Ah, und dann kommt er da rein. Und da läuft er dann über dieses Schlangenskelett. Ich glaube, es ist irgendwie eine... ...zügliche Tür ist da hinten. Ich weiß nicht. Wir können sagen, es gibt es da. Gib mir eine Hand. Okay. Jep. Du hast das aus dem Comicbuch herausgestellt. Ich versuche, die Lichter zu bekommen. Du versuchst, wo Ethan ging. Alles klar. Er ist da oben langgeklettert. So cool, die Idee mit dem Comic. Liege leise. Wechsle während einer Unterhaltung zwischen Entscheidungen und Objekten. Äh, das ist rote. Gehe mit rote. Es ist immer rote. Okay. Well. Nein. Nichts. Ich will irgendwie alle die Buttonen pushen. Auch... Ich will irgendwie Angst, dass alle von den Buttonen pushen. Eine tote Krähe, oje. Ugh. Let's hope, Omens aren't really a thing. Nee, nee. Das kriegen wir schon hin. Hier pennt sogar jemand. Nope. Theinar doesn't... Ugh. Worse than sleeping on the ground. Hm, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt zwischen einem schnutzigen Betonboden und einer alten Matratze wählen müsste, ich wüsste ja nicht, wofür ich... wofür ich mich entscheiden würde. So viel Sachen ist einfach... ...behind. This thing has seen better days. Kann ich mit ihm reden? Ja. Wir brauchen irgendwie Strom. Ja. Ich glaube, dann können wir jetzt nach oben marschieren. Ich glaube, dann haben wir hier jetzt erstmal... ...alles gesehen, denke ich. Oder ich komme noch irgendwie hier rüber. Nee. Okay. Ich könnte theoretisch noch hier rüber gehen. Die Treppe ist mit Sicherheit der Weg, wo ich dann hin muss. Und so noch gruseliger nach oben gehen, Kamera. Ich habe mich bisher eigentlich recht safe gefühlt. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr genau. Eine Lunchbox. Da komme ich nicht runter. Der Twinkies ist wahrscheinlich irgendeine amerikanische Süßigkeit, die ich nicht kenne. Na dann. Gehen wir mal da hoch. Eine Treppe. Von der Treppe dann... ...über das Schlangenskelett... ...vom Schlangenskelett in den Turm. Oh. Verdammt. Sorry. Ethan müsste uns aber doch mittlerweile hören, oder? Mann, man könnte mal nach ihm rufen. Ist hier drüben noch etwas? Ist auch noch eine Tür. Es ist meine eigene Entscheidung. Und es hat mir nicht das Schild vorgeschrieben, dass ich hier nicht lang gehe. Da könnte ich rüber. Ich glaube, der... ...im Comic springt der ja. Ich kann mir vorstellen, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen. Da können wir zu dem Turm gucken. Oder der ist direkt... Ne, der ist, glaube ich, direkt dahin, ne? Wir müssen über das Förderband. Diese Musik... ...hat fast so ein bisschen Detektiv-Vibes. Ich meine... Ja. Ethan made the jump from here to the conveyor belt. Uff. Think I'll find another way through. Ey, ich hoffe, Ethan hat keine Scheiße gemacht. Oh, verdammt. Ich unterbreche mir die Dialoge. Ich bin so schlecht. Ja. Turns out you gotta open it. Who knew? Will wonders never cease. War das noch meine Extra-Aufgabe? Ne. Einfach nur einen Weg nach draußen finden. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwelche Nebenquests habe. Ich will mal alles schaffen. Not in the Comic. What? Ich hätte gedacht, man muss da rüber springen. Hmm. Okay, muss ich jetzt wirklich... Okay, aber... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen irgendwie aufs Förderband hochkommen. Ich wäre jetzt da rüber gesprungen tatsächlich, aber Alex hält das für keine gute Idee. Dann versuche ich mal hier hoch zu klettern. I guess. Oder auch nicht? Muss ich vielleicht komplett nach draußen gehen? Hmm. Hmm. Ich meine, ich kann die Tür noch vergleichen, auch wenn ich nicht glaube, dass es sowas bringt. Ja. Hmm. Okay, sie möchte nicht springen. Aber hat es uns jetzt vielleicht was gebracht, dass wir das Tor aufgemacht haben? Ich meine, wir könnten auch da hochlaufen. Das sieht irgendwie auch crazy aus. Aber ich denke, wenn wir jetzt das Tor aufgemacht haben, dann wird das schon irgendwas gebracht haben. Vielleicht finden wir draußen einen Weg. Weil wir müssen nur irgendwie ins Silo kommen, das ist klar. Was steht hier? I'm not okay, but it's okay. 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 What took you so long? You never forget how to break a lock. It's like riding a bike. Where to next, Alex? Yep. Let's go. There. That's where he's heading. That's by the ravine. Shit. Let's go. Ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss. Gabe und Charlotte und Ethan sind so eine schöne kleine Familie. Ich will nicht, dass die auseinandergerissen wird. Wirklich nicht. Aber ich will auch nicht, dass Gabe was passiert oder dass Ryan was passiert. Ich hab die jetzt schon alle so gern. Und das Schlimme ist, den Life is Strange spielen traue ich einfach alles zu. Da kann halt jeder Mist passieren. Und das macht mir so Angst. Ich glaube so. Ethan. 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 Ja, immerhin rufen sie. Was macht sie mit ihren Händen? Und fühlst sie etwas? Ja. Ach du Scheiße. Ist er verletzt? Gibt's da nicht einen anderen Weg rüber? Irgendwie... Ethan. Scheiße. Hat er這一 "... Ich bin so stark von einem Piece rein." Wenn ich es atrás komme... Fertig. Wir sind zu schwer. Du musst doch einen anderen Weg auf die andere Seite rüber geben. Show me. You okay? Doesn't really feel like that's relevant right now, to be honest. It's relevant to me. Okay, well, I'll let you know when I figure it out. I'm gonna hold you to that. Alex, can you make eye contact with me? I'm gonna tie this rope around your waist. The other end is tied around your brother. He'll use that stump as a fulcrum to feed rope your direction. Follow? So far? Awesome. You're doing super good. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen anderen Weg über diesen Fluss gibt als diesen kaputten... als diesen maroden Baumstamm. ich glaube ich kann nicht irgendwie steuern was hier abgeht okay wir sind vom schwersten punkt weg und sie lässt sich aktuell noch nicht von seinen emotionen beeinflussen oder warum will er nicht dass wir ihm helfen comics Wir sprechen über das nächste Mal. Gabe hat uns. Wir werden nicht fallen. Er hat den anderen Seite der Rope. Nein, ich kann nicht move. Wenn ich move... Du wirst nicht fallen, Junge! Es geht nicht! Er macht keinen Sinn. Ich brauche ihn, um sich zu calmieren. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen! Wenn ich mich verliere, wird mich sehen! Was wird dich sehen? Du wirst nicht verstehen. Ist er zu sein in seinem Fantasy-Ding drin? Oh, shit. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich kann das tun. Ich kann das tun. Ich sage das... Oh, shit. Shit, shit! Oh, shit, 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 shit! Shit! Oh, shit. Kai... Oh, che versusci. was happening it's like I'm seeing the world through his eyes I brought all this stuff none of it will save me I'm not just feeling what Ethan feels I'm seeing the world like he sees it I thought I could hurt the monsters but it doesn't mean it I'm bored and wouldn't be afraid but he's just a storm this is real okay he's not afraid of the fall he's afraid of shit can't let it see me can't let it see me it can't be real oh but it looks pretty fucking real hey hey I see it too Ethan the monster I see it too and I'm just as scared as you are but Ethan we're safe you know why it can't see me I thought that was just a story some stories are true like monsters so you're gonna hold my hand alright as long as you're touching me you're safe ich dachte er wäre verletzt aber es scheint ihm gut zu gehen oh aber jetzt seid ihr schwerer jetzt seid ihr schwerer oh das Seil muss halten ich wollte grad sagen ich fühl mich noch nicht safe also nicht mal ansatzweise okay one step at a time Alex yeah buddy I'm still really scared there's nothing to be afraid of I got you I got you shit do you think the log will break nein don't worry I got all the way across before remember it could still break our emotions are connected I need to keep him calm dann red doch mit ihm das ist ah please bring die bitte sicher nach hause halt ihn fest halt ihn fest er muss sich richtig er muss sich richtig er muss sich richtig er muss sich mehr festhalten als nur in dem Arm weil nur sie ist an dem Seil das ist das ist komm er muss sich festhalten er muss sich festhalten er muss sich festhalten oh halt ihn oh mein Gott ich hab gedacht das passiert ich hab immer noch Angst dass die Sirenen von der Sprengung kommen oh mein Gott meinett ja Geh! No! Geh! 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 Warum wirst du es? Warum wusste ich es? Okay, Freunde. Hier sind die Zusammenfassungen. 48% haben die Pläne für sich behalten. Gut 70% haben die Wahrheit bei Riley gesagt. 73% haben Gabe auch von der Kraft erzählt. So, und das sind jetzt diese ganzen kleinen... Entscheidungen. Und so wie ich das sehe, haben wir so gut wie immer... ...die Massenentscheidung getroffen. Ich bin kein einziges Mal in der Minderheit. Ich bin total der Mainstream-Player. Ja... Okay, Freunde. Das muss ich erstmal verarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Unfassbarer Support kommt noch von Seren Camorra, Lord Ryoma und von Hynikolas MP. Vielen Dank euch, dass ihr das alles hier unterstützt.